und leute herzlich willkommen zurück bei einer weiteren runde league of legends im ranked ja schauen wir mal das wird lustig für dich liebe riven das kann ich dir jetzt schon sagen entweder zu verstorben oder du hast ein problem ich würde jetzt schon fast sagen jetzt schon gut los so trinken ein und so chin ist auf k das ist auch gut da freue ich mich jetzt schon drauf da müssen wir die lane erstmal alleine spielen so wie ich das liebe was haben die jungle okay der fängt beim red an das heißt ich push erstmal rein so habe ich mir das vorgestellt genau so habe ich mir das vorgestellt so auch das war schon mal verbrauchtes mantra wir haben halt keine vision ich hab's gefeilt hä what the fuck warum so ein bisschen das ganze stabilisieren alle eben wegkriegen Kerl Btf die bitte einfach weg jetzt mein gott das kann ja ein spaß werden du kleines bist stück naja dann bleib ich halt noch ein Stück so Ich bin auf Dich gerichtet, Mann. Wir haben gewissen und gelangt. Oh, lol. Ach, die hat doch jetzt auch schon. Ja, gut. Jetzt wird's halt böse, ne? Ich muss definitiv back. Okay. Okay. definitiv mehr gold aber sie hat ziemlich gefahren muss man sagen das heißt wir können denke ich besser auf die lane kommen ja ist ein cookie unterschied das finde ich interessant was hat die gemacht das ist nicht gut das überhaupt nicht gut die sonne hat nur ein koge aber die wird wieder nicht abhaben ok ok er läuft ja der griff kommt runter jetzt müssen wir jetzt sind wir tot der griff wird jetzt kommen das war ob wir es das war super ob wir es das ist ganz scheiße das ist ganz scheiße ja ich gehe jetzt halt ohne ohne wort und ohne pot auf die lane ist zum kotzen alter schaffst du es schon noch ein bisschen zu last hitten oder man 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 das ist ja schon wieder ein richtiger spaß hier ja oh pf tot pfff läuft äh 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 läuft ja was machst du okay immerhin kill gekriegt oh lach komm fucking ultimate alter fucking ultimate kein holt mehr aber der kann mich halt dementsprechend auch kann mich jetzt dementsprechend auch weg hauen ja der djinn hat halt die lane ist halt verloren es war ordentlich verloren ach nee das ist was ich liebe ja okay die 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 wie die die 2 wird er sich die in irgendeiner art und weise halten kann hier oh du bist tot Tja, 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 Tja! Tja, 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 Tja! Ja… Na, logisch! ich hab ein schild, ich hab ein schild, komm her nice sehr gut nice one sehr gut so hab ich mir das vorgestellt ok, das könnte jetzt ein Problem werden, wenn der Mahokai hier runter kommt, dann ist es echt böse oh lol das ist ein FTF-Skin, der sieht ja verdammt cool aus ok, so, wir haben auf jeden Fall das, wir brauchen Cooldown-Boots, wir brauchen unsere Item, ne das brauchen wir nicht mehr ähm 0-3 äh, 0-0-3 naja, der Djinn, dem fehlen halt 40 Farmen und ein Kill, das ist halt echt scheiße ähm ja, ja ja, ja nie wieder werde ich tatenlos zusehen was hast du dir so gedacht, Mystic, hä? ich sah zwei Wege vor mir und erschuf einen weiteren dazwischen äh, der Djinn soll farmen oh, der soll farmen und nicht irgendwelche Kacke machen hier ja Kontra ist ab die die er ist der will die 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 äh, wird ne die fünf wir müssen halt die Wave jetzt irgendwie halten, okay, bitte geht da nicht hin. Hab ich. Ja, fuck you. Na gut, immerhin. Haben wir erstmal. Bisschen was halten können. Oh, da kommt der Ultimate mal. Okay, wir wissen, dass wir ein bisschen... Oh, böse. Gut, man muss auch sagen, der Jhin ist jetzt nicht gerade der... Super strong fight, ne? Und zwar... Das war bad. Das war dumm. Ich weiß nicht, was das sollte, aber das war richtig dumm. Das war richtig dumm. Das war richtig dumm. Das war richtig dumm. NICE NICE LOL Verkackte Ultimate, man Oh, 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 oh Und? Jawohl Sehr gut Nimm mal hin Na, die könnten noch sterben Warum nimmt der... Na gut Ich wollte gerade sagen, warum nimmt der denn eine Blue Card? Aber ist okay, die Riven pusht Mitte Wir kriegen den Mid Tower Geh doch bitte hin, was tust du denn? Was ist das? Was ist das? Habe ich Habe ich Habe ich Halt bitte einfach den Crew Haben wir Oh, oh, oh das war pustet das war extrem pustet ja gut ich bin halt tot da war es halt weg müssten das da oben vielleicht irgendwie mal oder es netto das war scheiß redemption und ich habe meine ja man es ist das war das halt ja lol ooooh ooooh ok die riven steht 6 1 sollte also kein problem sein zumindest was heißt kein problem aber machbar in der fähigen sicht ja das war halt eins gegen alle ne ja bin schon auf dem weg die kommen jetzt alle wir können die caitlin catchen fürchtet euch niemals vor veränderung ne die ist miss ok so das haben wir das haben wir das haben wir ähm wir müssen definitiv um die bot lane fighten äh we need to fight around bot den drake den will ich definitiv nicht abgeben bei denen nicht rein gehen hier ist der maukai den können wir theoretisch nein dann los kaitlin kaitlin ist oben jetzt alle rein die du w w w w würde ihn doch ja gut job gut job ich glaube ich an gut man mein team wieder kann sich ja lohnen kann sich ja lohnen das wird ungemütlich das wird echt ungemütlich und ihr hat was hat die magic pin boots ja alles klo da ist ein wort den muss man erst mal weg ich möchte ich werde ich möchte ich werde das war das war das war dumm der engage war dumm und er kostet uns höchstwahrscheinlich mit na gut hilfe kaitlin ist halt nicht so toll für kaitlin ist nicht so dolle so ich glaube wir brauchen morelos ja wir brauchen auf jeden fall mal los um einfach alter ist ja tanky hallo das ist übel das könnte scheiße enden wir konnten aus dem ding grad nix machen können maximal ja wir müssen halt warten was ist denn jetzt hier wollte oder wollte er nicht die gehen jetzt auf mich ganz hart geht er jetzt auf mich und dann auf einfach das war absolut das ist absolut tf ult hat er nicht die 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 ja jetzt sollten wir auf jeden fall weg er ist halt einfach zu tanki einfach weggeplatzt oh nein oh nein wenn ich das schon wieder lese warum ist die getätet olaf hallo ich bin ja komm ey was soll das denn man wir haben halt niemanden der einfach in die backline geht oh ja sehr gut so nah hat jetzt und hat ja denn wenn das also sea eine 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 ich auch ich Huijjujujujujujujujuj Jujujujujujujujujujujuj. So, jetzt wird es bislächscha. jetzt wird's ein bisschen lust wie viel brauchen wir noch 2000 gold wir haben nichts wir haben keinen kein kein morellus oder so oder es hat keinen lokalus es ist halt egal hallo wir haben verkackte lady er hat jetzt der ist ultra der karl ist einfach ultra wie stück Was? Oh mein gott naja gut jetzt haben wir morelos wir haben 50 prozent cool down ich glaube ich switch bald noch auf die mr boots wobei das ist er sage ich schon Na ist jetzt ein Arndrache nicht 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 dahin Das dinge ist die müssen nur auf zeit spielen Einmal ein ultra beschissenen spot grad hier Die wave holt sich den turm Das war halt das war grad ganz ganz schlecht mein gott mein gott es war aber nix das war aber nix naja gut wir sehen uns wir gucken mal kurz noch die zahlen Ja das ist halt die riffen ist einfach dann getildet ich meine die ist einfach rein gejumped die stadt 6 1 hier war super im spiel Komm so nah kurz minute halt auch die fresse ich habe mehr schaden macht als olaf nice ja die tf war stark aber wie gesagt wir hatten halt nichts wir hatten kein damage der gin nicht wirklich dabei 33.000 naja gut soll es gewesen sein für heute wir sehen uns dann sind nur 14 punkte gewesen sollte also kein problem sein aber rein macht's gut bis zum nächsten mal und tschü Gu 그다음 tschü Gu